Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer ist heute auch in Kanada zugelassen worden. Er sei sicher, effektiv und von guter Qualität, so die Behörde. Bis ein Schutz in Deutschland gegeben ist, sollten sich die Menschen laut Medizinern an diese Regeln halten. Experten empfehlen bei Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber oder Halsschmerzen zu Hause zu bleiben. Per Telefon sollten sie sich ärztlichen Rat holen. Nach einem persönlichen Kontakt mit einer positiv getesteten Person ist ebenfalls zu Hause bleiben die Empfehlung. In diesem Fall wenden Sie sich bitte telefonisch an das Gesundheitsamt. Mehr Informationen zu den Expertenempfehlungen auf mdr-aktuell.de